Teinacher Mineralwasser. Einzigartig mineralisiert, neutralisiert die Geschmacksnerven und macht sie so viel aufnahmefähiger für die Aromen kulinarischer Erlebnisse. Teinacher. Vergrößer den Genuss. Herzlich willkommen bei Schmeck den Südenfernsehen. Heute kocht für Sie Waldemar Fretz, original verheiratet, mit Zutaten aus der Region. Er ist Chefkoch und Inhaber vom Restaurant Höpfner Burghof aus dem schönen Karlsruhe. Geben Sie zunächst gewürfelte Zwiebeln in eine erhitzte Pfanne mit Fett. Fügen Sie dann frische, gewürfelte Karotten, Sellerie und Lauch hinzu. Lassen Sie alles etwa 5 Minuten lang schmoren. Das Gemüse löschen Sie mit Brühe ab und lassen es 10 Minuten lang garen. Anschließend geben Sie gekochtes Rindfleisch und frische Spätzle dazu. Schmecken die Suppe mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab. Fertig ist das Gericht. Vor dem Servieren können Sie den Geschmack des Original verheiratet mit goldgelben geschmelzten Zwiebeln verfeinern. Einen guten Appetit wünscht Ihnen Waldemar Fretz und Schmeck den Süden!